Guten Tag. Ich heiße Kobe. Ich lerne Deutsch seit zwei Jahren. Ich bringe es bei mir durch Deutsch Musik hören und Deutsch Filme anschauen. Möchte ich in der Zukunft nach Deutschland umsehen, aber erst ich muss Deutsch lernen. Ich habe eins Bruder. Er wohnt hier in der Nähe von Maryland. Er wohnt in Washington DC. Ich wohnt hier in Maryland. Und meine Eltern wohnen in Atlanta, Georgia. Ich bin heiratet. Ich habe eine Tochter. Sie ist zwei Jahre alt. Ihre Name ist Amara. Amara, komm hier. Kommt hier. Kommt hier. Kommt hier, Amara. Ein Moment. Kommt hier. Meine Frau spricht Deutsch, aber sie hilft mir nicht. Erst darum, ich nehme diese Kurse mit Oregon State. Kommt hier, Madda. Kommt hier. Kommt hier. Die Imperative. Kommt hier. Sie hören zu mir nicht. Kommt hier. Ja, whatever.